so hallo und herzlich willkommen bei einem neuen video mein name ist und ja es regnet aber ganz schön heftig nichtsdestotrotz auch wegen trotz regen wir müssen heute mal einkaufen gehen habe ich gedacht ja gucken wir mal hier so aussieht mit schrittgeschwindigkeit wieder fahren müssen nämlich noch zum supermarkt eine kleinigkeit einkaufen ist schon spät moment die aufnahme alles ja wir fahren immer noch ja noch nicht hetzen so schön einparken die einkaufsliste befindet sich auf e also ja wir müssen noch cola pizza und tacos holen ja alles klar chef nette umgebung übrigens warum sind wir so weit weg vom schuss hydrant warum sind wir so weit weg vom schuss das ist ein supermarkt der supermarkt supermarkt steht eine müde tüte so guten tag ich möchte colas tacos und pizza ne ja ok dann gehe ich mich mal bedienen was ist das canned food dosenfutter bin doch kein hund auch dosenfutter wo ist die cola alles ein bisschen leer hier wo wir haben 100 dollar ganz schön viel das ist bier ich glaube das ist cola so an die kasse nicht besetzt hat zigaretten gibt es auch keine hei ei 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 du du duu ich jo so was brauchen wir noch einen Moment wollen wir mal gucken ah ah pizza pizza ach da liegen die donuts einfach so im Regal was ist denn das soße ähm ah taco ist ganz schön leer hier, ich bin der einzigste Kunde Geschäfte laufen wohl nicht so gut und Pizza, Kaffee schön ist alles so leer, alle Regale leer sind das Zeitungen ich denke mal das ist Tiefkühlpizza, da muss die doch irgendwo in so einem Tiefkühldingens liegen, oder? ja, äh, also erstens mal hier ist auf, da geht die ganze Kälte raus und zweitens solche einzelnen Stücke naja so danke und ja, dann tschüss werde ich mich erst mal mit Pizza, Taco und Cola satt fressen mhm, ein bisschen frisen was isst ihr übrigens gerade oder trinkt oder esst und trinkt oder auch gar nichts so ja mal gucken ich habe noch ein Bild ja, gut so, weiter geht's oh, wir haben wieder ein Hunni das ist jetzt auf der Einkaufsliste Bier, Donut und Pizza warum ist es überhaupt warum ist es überhaupt so gruselig hier und so dunkel es sind nicht mal Lampen an es ist jetzt dunkler wie wie vorhin oh oh, ähm Madam, ihre Tür ist kaputt und da liegen Sachen auf dem Boden äh ja ähm okay Bier ein Bier, das nehme ich mir das heißt Dosenfutter oh, da oben ist eine Beobachtungskamera an das ist schon ein bisschen ah, da Bier Bier, das nehme ich mir natürlich alkoholfrei ja wir haben hier family family friendly content und was haben wir noch äh Donut und Pizza die Donuts waren doch hier äh Madam Madam äh hier hier liegt das äh hier ist hier ist was umgefallen das liegt da wundert sie das nicht ein bisschen ne, den vom Boden nehme ich nicht der ist dreckig ja, ich der der Panda ist König ja, der der Panda ist ja König so und noch eine Pizza Pizza was sind das eigentlich hier für Türen ich habe ein bisschen Angst da in so eine Tür rein zu gucken äh okay hier kann man sich Hände waschen geht nicht und hier äh oh das ja naja gut äh 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 das ist jetzt irgendwie so ein bisschen äh ne ich kann mir nicht mal die Pfoten waschen ich hole mir jetzt noch eine Pizza und dann will ich aus diesem Laden raus das ist was ist denn das äh und dann will ich aus diesem komischen Laden raus äh das ist mir ein bisschen zu suspekt hier ja alles kaputt und dann irgendwie ähm Madame auf ihrer Toilette ist eine Beobachtungskamera ne okay dann eben nicht also tschüss ja haha ich esse jetzt mal einen Donut und meine Pizza ein Brettpanda braucht auch sein Bier oh es ist ja dunkel uuuh 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 ich mach die Augen zu uuuh 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 nach hau uuuh uuuh ich will nach hau uuuh 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 oh nee müssen wir schon wieder einkaufen Donut Soße und Taco alles klar Chef he he kein Problem es ist so dunkel hier ich mach die Augen zu ich mach die Augen zu uuuh 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 hau 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 he he äh ich bin's wieder ihr Laden ist ganz schön unordentlich äh Donut Soße und Taco okay ja wissen sie meine Frau liebt nämlich Soße und das ist ein ganz schöner großer Donut Donut jetzt Soße das war doch da irgendwo gell ne das war Cola war das jetzt Pizza oder Taco äh Taco Soße 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 So so die Soße Soße ich esse meinen Taco nämlich immer mit Schafer Soße Bitteschön So und Tango Tacomino Tankomino was wird aus dem wohl geworden sein wer jetzt nicht weiß was ich damit meine kann es ja gerne googeln ja Tankomino und Tacomino und Taco Bell an Taco Bell gibt es wirklich so kann ich gehen danke ja tschüss ich fühle mich beobachtet oh oh Augen zu und durch warum sind wir eigentlich der einzigste Kunde und warum ist hier sonst niemand und warum ist das alles so dunkel und so komisch oh Baby I can drive my car so oh ja wir sind mal wieder hier bei unserem Lieblings Supermarkt Bierpizza und Donut ja gut kein Problem alles kein Problem ja alles kein Problem was 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 noch mal Bierpizza Donut ok 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 Bierpizza Donut Bierpizza Donut Bierpizza Donut oh ok Madame ich will nur Bierpizza und Donut was man you good no Bierpizza Donut Bierpizza Donut alle Regale sind da ist eine Tür muss ich da rein oh schön der Surferraum von Facebook ja das ist aber irgendwie ein bisschen oh Sir sie sehen gar nicht gut aus Thor Thorsten wer ist denn Thorsten haven't noticed any of paranormal Phenoments yet nein Rassemensch arbeitslos Single hat aber eine hat aber einen Führerschein ach wie schön hat folgendes hat folgendes experimentiert oh Lieblingsprodukte Bierpizza und Donuts hat nicht an es gibt ein Foto zu kaufen hat die Toilette benutzt ah na super äh danke ähm ja super ich bin ich bin auf der ah ah ich will hier raus 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 äh ich wurde auf der Toilette beobachtet na danke ich kann hier nicht raus hallo oh ah 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 oh ich bin auf was Toilette Toilette ja ok ich muss ich muss auf die Toilette ja ok ich 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 habe Angst wo ist die Toilette wo ist die Toilette wenn ich auf die Toilette ah 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 ok 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 ja 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 ok 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 ah 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 also in ihren laden gehe ich nicht mehr einkaufen unsympathisch ich wollte doch los pizza und donuts und bier sie kriegen eine ganz schlechte bewertung auf jelp ja eine ganz ganz schlechte bewertung nein 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 ist schrecklich dieser kundenservice und dann auch noch auf der toilette film das ist ja das war's ja ach wie schön ich fahr dann mal nach hause ja und das nächste mal werde ich in zukunft meine pizza und meine donuts woanders kaufen das nächste mal geht zu lidl oder netto aber auf keinen fall mehr in euren laden ja so ja wir fahren hier mit absoluter schrittgeschwindigkeit 1 km h schön gemütlich in den feierabend ich hoffe ihr hattet viel spaß ist genauso wie ich und ich wünsche euch noch eine gute nacht und schlaft gut und lasst euch nicht auf dem supermarkt geht ja nicht im supermarkt auf die toilette ja und dass euch nicht ich этим passt richtig gut beim pingeln film also bis dann macht's gut tschüss 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 tschüss